Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute auf der Bierbarer Entdeckerrunde unterwegs. Diese Tour hat etwa 10,5 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Wanderung so ist, dann kommt mit. Guten Morgen und noch ein frohes Neues. An dieser Stelle wollen wir mal noch liebe Grüße an Andreas und Martin richten vom Kanal Bierbacher auf Wandertour. Die haben wir im August 2018 kennenlernen dürfen und wir haben bis heute noch Kontakt und gehen immer mal eine gemeinsame Wanderung. Und das macht immer sehr, sehr viel Spaß. Musik Ein frohes Neues Jahr. Gut begonnen. Gut begonnen. Musik Wir schnaufen so. Und warum? Berg hoch. Musik An dieser Stelle noch liebe Grüße an Vroni und Mischa von Wanderverliebt. Diese durften wir voriges Jahr vor dem Lockdown noch kennenlernen. Wir hatten auch schon zwei Wanderungen mit ihnen gehabt und es war immer richtig, richtig schön. Immer wieder gerne. Musik Schöne Grüße noch an Solboy vom Kanal Soltrails. Wir durften ihn voriges Jahr im Sommer kennenlernen, als er auf dem Nord-Süd-Trail unterwegs war. Er hat diesen Weg selbst kreiert. Wenn ihr einige Teilabschnitte sehen wollt, schaut doch einfach mal bei den Kanälen Trailroads oder beim Fernwanderer vorbei. Beide machen auch richtig schöne Videos. Soltrails natürlich auch. Aber von dem Weg ist leider noch nichts online. Musik 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 An dieser Stelle bedanken wir uns noch bei Heidi und Maik vom Kanal Meilenmaik für die Erwähnung unseres Kanals. Einmal bei der Tuwasgutes-Challenge und einmal bei ihrem Jahresrückblick. Da haben wir erfahren, dass wir dran schuld sind, dass die YouTuber geworden sind. Bei der Tuwasgutes-Challenge machen wir natürlich auch mit. Wir werden wieder eine Spendenwanderung dieses Jahr organisieren. Und die Spenden gehen an das Kinderhospiz. Nähere Infos werden im nächsten halben Jahr folgen. Musik Noch ein großes Dankeschön an Dominik vom Kanal, der Typ auf der Couch. Er hat unseren Kanal bei Instagram vorgestellt. Wir werden das Video am Schluss der Wanderung euch zeigen. Kanäle, die wir hier erwähnt haben, werden wir unterhalb des Videos noch verlinken. Schaut doch bei denen einfach vorbei, wenn ihr es noch nicht getan habt. Noch etwa 2,5 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Auto. Die Tour hat uns gut gefallen. Highlight dieser Tour war natürlich Martin vom Kanal Bierbarer auf Wander-Tour. Schaut doch bei ihm einfach mal vorbei. Aber auch bei den anderen Kanälen, die wir erwähnt haben, einfach reinschauen. Sind alle zu empfehlen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch sowie über Kommentare sehr freuen. Also, bis dann. Ciao, ciao. Es ist mal wieder Mittwoch. Zeit für eine neue Folge Backfest. Ja, und dieses Mal möchte ich euch den Kanal von der Sarah und von Marco vorstellen. Der Kanal Strauchs Wanderlust. Die sind auch hier auf YouTube und auf Instagram vertreten. Und die haben sich spezialisiert auf Wanderungen. Und das bringen sie immer richtig schön rüber. Es sind immer tolle Touren dabei. Also, wenn ihr mal keine Ideen habt, wo ihr hingehen sollt, dann seid ihr auf diesem Kanal auf jeden Fall richtig. Ja, was auch immer besonders amüsant ist, sind die Outtakes, die ja immer am Ende der Videos dranhängt. Also, das ist wirklich nochmal so ein kleines Bonus, was mich immer wieder zum Schmunzeln bringt. Ja, in diesem Sinne schaut mal auf dem Kanal vorbei. Strauchs Wanderlust. In diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns wieder nächsten Mittwoch in alter Frische. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020